Wir sind hier im Hinterteil von Emil Frey bei der Waschanlage, wie man sieht. Wir haben spezielle Aktionen dieses Wochenende. Leon, möchtest du das erklären? Ja, und zwar kommt es darum, das ganze Wochenende können die Leute kommen und das Auto für nur 5 Franken waschen lassen. Also kommen Sie vorbei und profitieren von diesem super Angebot. Jetzt sind wir hier hinten bei den Showräumen. Hier ebenfalls eine 5 Franken Aktion, Brotwurst, Brot und Getränk für 5 Franken. Leon, was hältst du davon? Ich finde es ganz super, kommt vorbei. Ganz wichtig, zusätzlich haben wir hier nebenan einen Surf Simulator, der wirklich toll ist und im Toyota Showroom eine Carrera Rennbahn. Wir kommen jetzt vorbei.